Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 Tiroler RB. Wie es gesehen habe, haben wir das letzte Mal Silo Ballen geholt und Paletten Setzlinge, damit wir dort unten mal neue Bam setzen können. Der Sepp ist auch wieder zurück von seiner Alkoholentzugskur. Hallo. Und der Daniel ist auch wieder dabei. Grüß dich. Daniel, glaube ich, wirst heute ein paar Bamen setzen. Ja. Ich werde nebenbei noch ein paar Bamen umschneiden und zusammenziehen. Und ja, wenn die ein, zwei nichts zu sagen haben, dann darf ich sagen, macht man gleich weiter. Na, das ist das Einzige, was ich noch zu sagen habe. Es hat uns gefreut, dass ich jetzt ein Video umschauke, dass es euch gefallen hat. Macht es weiter so. Wir bringen halt auch unsere weiteren Videos. Das hat uns eh gefällt uns sogar, wenn ich jetzt alles umschauke. Und ja, ich sage mal, wir steigen jetzt in der RB-Roll ein. Servus, Philipp. Servus. 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 Und, das war, links, dein Alkoholklinikentzug, keine Ahnung. Oh, das Alkoholentzug, das war eine Mechanikervorbildung. Du hast es drüber. Bei mir hat es ganz was anderes gesagt. Ich will, ich will gerne schnell einen letzten Silopollen holen. Ich will gerne uns ane, äh, umpflanzen. Oh ja, kommt nicht. Nein, Sepp, das haben sie zu mir am Gasthast gesehen, dass du Alkoholprobleme hast und du musst auf die Kur gehen. In Zug oder in Zugklinik. Aber seht ein Sal, der stinkt ja überhaupt nicht. Der Hansi hat es auch mal gesehen. Ja, der Hansi sieht viel, wenn er da lang ist. Also da ist ich schon so lang. Ich hab jetzt alleine und keine Autosch, ey. Ich hab jetzt auch von deinen fünf Kinder gehört. Der Name keine Kinder. Nein, er hat eine fünf Bierflaschen. Hehehehe Was du oder wie du von mir denkst? Und dein Knütz, ich warte, wer du bist Ah na, passt schon, wenn's da gut tun hat So, dann gehen wir mal ansehen Ansetzen Was sagst du für Setzlinger? Philipp Ah, was? Was sagst du für Setzlinger? Ah, Fichten Nein, steht eh, du weißt Hey Sepp Jo Hast du ein paar Ballen rüberge? Du? Heupallen aberle Ja, du hast 20 Stück rüberge Mehr sogar Oder 30 Was du nicht auf einen Hänger auflegst Jo Jo Zwischen 20 und 30 Ah, du bringst den Hänger voll Super Kannst du dich anladen, oder? Ich kann dich nachher anladen, wenn er da ist Das ist kein Problem Das ist kein Problem Ja, aber sie ist halt gesagt, sie ist zu das halt dabei umbenst oder weil ich da Ja, kann ich ihn schon anladen machen, das ist das wenigste Ja, das ist ein bisschen Ja, das ist ein bisschen Ja, das ist ein bisschen Ja, ngert Oh, guten Tag Danke. So, du da, das sieht gut aus. Ich habe schon ein paar Bammeln noch. Ich komme oft mit 30 Ballen. Passt! Ich muss jetzt zeigen, was du verlangst. Du, Jörg. Wärme gemacht. Bist du schon unterwegs, Sepp? Ja, ist vorgelebig. Kannst du mir noch etwas mitnehmen? Ja, je nachdem was es ist. Für Front- oder Hecke draufliegen, die Stumpfenfräse. Die müsste ich normal schon draufbringen. Ja, hast du ja nicht derweiligst zum Leichen. Weil da sind vier Stumpfen noch. Weil der Förster hat mir voriges Mal einen Dingsgleichen in... ...die Drecks. Aber da kriegen sie nicht. Der rutscht jetzt mal an. So, kommst du mir nicht dazu? Ja, da ist genau unteren Weg. Und da geht es ein bisschen steiler weg. Ja, wo wirst du gleich die... ...Powertech... ...Sumpfenfräse. Die mit dem langen Holz drin oder... ...die... ...originale... ...verbautech. Die originale? Ja, nehmen wir die mit. Krass. ... ...Aber sie ist auch toll wie nur mein Recher. Jaa. Achso, dann haben wir die nicht mehr. Wie war es so gut dass wir keinen haben? Ja, 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 ja... Gute 30 Barmars Einzige, die sie gesetzt haben. Ja. Ja, ja. Mühselige Arbeit. Aber es geht. Wieder eine Palette fertig. So, jetzt muss ich schauen, dass ich da alles auf meiner Linie platziere. Ich bin jetzt unterwegs. Bist unterwegs, perfekt. Ja, bis du da bist, habe ich einen E-Alarm gesetzt. So, wo sitzt du? Bama. Wo hinten? Wo hinten? Ja, sicher. Schau mit der Maschine nicht zu. Das ist ein bisschen zu steil. Der Traktor möchte auch in Gott quälen. Sepp, das würde dir gut passen. Dann habe ich meinen Traktor wieder hier und geworfen bekommen. Wenn, dass das gut passt. Hier. So kann ich ja allein mehr von Arbeit. Mehr und die Geld? Ich habe bis jetzt noch nichts verloren. Ah ja, den werden wir noch mal drauf gezahlt. Ich weiß aber nicht. Ich weiß aber nicht. Ich weiß aber nicht. Ich weiß, ob es jetzt mehr hat. Ja, wo du einen Meter gegichtet hast. Ich weiß nicht. Ich müsste ja auf die Nachstrahlung gehen. Ich lebe weiter und ziehe da. Rechnen wir auf das. Ah ja. Ja, wo immer gesagt. Rechnen wir später. Das Kämpfen für die Saufen. Ja, ja, ja. Genau. Wo brauchst du Luft? Einen Hof? Ah, bist du schon da? Warte, da kommt der Rauchen. Fahren wir bitte zum... unserem Bauernheißel. Wo der Weg auch geht. Und da unten bleibt Stirn. Dann hole ich sie gleich mit dem Traktor. Ich muss einfach da herfahren. Stopp, 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 stopp. Da her. Ich muss einfach gerade her und Stirn bleiben. Ich fahre da. Noch ein bisschen. Stopp. Ich muss weiterhauen vom Weg. Nein, ich stelle zu oben. Auch in dem Traktor oben stehen. Ach so. Nein, alles oben stehen. Hast du eine Sicherung rein? Nein, alles oben stehen. Ah, gut. Ah, da kann ich sie nicht rein tun. Ja, da. Du kannst die Baumsturm-Fräsen reinstellen. Du kannst schon mal ein paar Tage anhängen. Du musst kurz da einen Meter an Krieg stellen. Ich will ja schon wieder fleißig am Holzen Ja 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 Zum Beispiel Was ist jetzt für ein Bärs unter der Haut? Weil hinten schnupft er dann Luft für einen 3 der ms-sekunde 3 und ein bisschen auftragend wird da und der 50 abholen soll es erst ein abgang als erbäriger der aktoren das ist Das ist unser Wald, den darf man gerne auch holzen. Warten die restlichen Ballen anlegen, die sind so 4-5 Ballen oder so. Ja, den muss ich auch mal vorbeibringen. Na, sagen wir mal nicht. Was reicht jetzt auf die Next-Ration, Highballen oder Silo? Großballen. Großballen. Ja, Großballen brauchen wir auf jeden Fall. Magst du mal 20 Stück vorbeibringen? Ja, 30 und hängen voll. Weil ich auf dem nächsten Mal Großballen mache. Wie viele Stück, die ich habe, ist jetzt oft momentan. Ja, noch sind gleich 25. Aber seitdem so ist zusammen 50. Ja, sind alle gerne, wir fristen schon was weg. Ja. Ja, sieh, da breiten wir von der See oft noch. Na, aufrüsten. Ja. 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 Ja, alles was gratis ist, sagen wir nicht. Was gratis? Du hast gesagt, das ist gratis. Ich habe gesagt, überlegen wir noch den Preis. Ja, ich habe gesagt, das ist gratis. Ja, ich habe gesagt, das ist gratis. Ja. 8000. Ja, warte ich mal, ich weiß, das gleiche Tablet. Machst du das? Ja. Da, da würde ich es heißen. My will den nicht sehen. Wie viel ist gesagt 800? 8000. 9000. Nochmal. Ich finde es ungültig, das ist alles. Seit wann bist du auf der Fonline Banking? Ah, die, das sind Sautern. Weil da oben so viel Paares in der Galttasche hat. Und nur Paares ist Wares. Du sagst das, Sepp, du sagst das. Da fallen sie eigentlich da nur rauf. Ja, 30. Ja, 30 gehen nicht mehr rauf. Ja, insgesamt sind es 30. Da sind drei sind rauf. Die Pfeilnlobe wieder halb voll, ja. So. Fast. So. Wenigst du noch oder rechtlich noch? Ja. Äh, Willi? Ja, ja? Hast du die Straße frei? Was? Was? Hast du die Straße frei? Was? Frei halten? Nein, kann ich auch fahren. Ich bin schon frei. Ja, ja. Ja. Die Schrauben sind flach. Und drücken nicht weg, dann. Und da sind ein paar Schrumpen weggegangen. Und da sind die Krüfte weggegangen. Und dann, hier, die Brügel weggegangen. Baaah, ich rutschfahre noch mal, was ist das wieder auf den Boden? Frontload aufheben. Kann ja oben. Weiter aufheben. Ein Block her, hinten. Uah, ah, ah, da, 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 da. Fallst du an? Ich werde jetzt oft mal ein bisschen Kaffee-Pausen machen. Ja, mach das, Sepp. Ich brauche das für dich aus. Ah, du hast eh keiner mehr. Bist auch eine Wernige Schlägerin, mehr bist du eh nicht mehr. Du hast einen Punkt hergeschalten. Was? Du hast einen Punkt hergeschalten. Warum machst du das nicht mit der bärigen Maschine, was wir da haben? Ja, weil ich da allem auch gut spinne. Jetzt einmal weg da. Ja, ja. Das ist halt ein harter Boden da. Ah, da muss ich nachher unten aufheben, schauen, dass ich klinge. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Okay. Ich brauche das nicht. Was ich das nicht? Ich brauche das nicht. Das ist halt hier. Ja, das haben wir gefunden auch. Ich glaube aber nicht, dass es geht. Ja, jetzt müssen wir es noch einmal mit der Wecks probieren. Haube, haube! Ich habe ein Franker-Gewicht drauf. Boah, ich muss den Kopf da mal zum Kaffee einwerfen. Ja? Ja. 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 Ja, das war mein Rechtse. Ich habe noch einen Kaffee-Maschinen gehabt. Oh, Philipp, ich schau. Wir haben die zwei Haken, oder? Was sagst du? Ich sage, hat die Haken das gehört? Ja. Ah ja. Ich möchte auch eine Kaffee-Maschine. Ah, das war mein Rechtse. Aber ich muss gleich einen stinknormalen Fütter-Kaffee machen. Wo es Fütter-Kaffee nicht express oder vielleicht macht. Nein, 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 nein. Einfach, wo man... Ich habe ganz einfache Maschinen. Da haben wir Wasser hinterher, wo man Papier füttert. Kaffee-Pulver. Wie man will. Und dann kann ich... ...Tee schwarz trinken. Was liebeste. In der Früh einen starken Kaffee. Was sagst du? Ja, in der Früh mache ich die 6. Früher habe ich noch einmal mit Milch getrunken. Noch einmal mit Milch und Zucker. Aber schwarz mag ich ihn lieber essen. Entweder ein Red Bull in der Früh, oder ein Kaffee. Ah, das ist diesmal echt lieber ein Kaffee. Äh, Red Bull ist. Man hat den früher einfach zu süß. Was? Arnel! Hä? Die Bänder schlumpfen. In Ernst? Ich muss mal ein Gewicht holen. Sonst gehen wir nicht weiter. Oh, Daniel. Weißt du, was du aus dem Müll los machst? Was? Oh! Äh! 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 Aufpassen! Ich rutsch! Ach so, das ist auch ein Aufpassen und ein Rutsch. Das kenn ich nicht. Nein, nein! Nein, nein! Der Sepp hat... Äh! Haarschaft! Was? Der Sepp hat der Haarschaft! Was ist denn das verliert? Äh... Haarschaft! Äh... Haarschaft! Entsprechend! Nichts... So雷-gotten Das wird ein Klaasproblem! Oh-ho-ho-ho-ho-ho-hoo! dann muss ich mal eine Kamera rausgehen. Ah-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho... Ich soll das nicht mehr so hoher zusammen nehmen. Da ist ein... Aufpassen, dass es kein T lymphmen. Dass der Bänder passiert? Ein Mensch komplett leicht! Soobia Scottish ist Negara... Und wir weg Pepsi durch emblematet... Die Frem sind die decades Е highbedingten Zeit. Die Bänder sichughtнят. Und aufpassen... So, jetzt sind der Teil schumpfen noch. Ich habe gefahren beim Gewicht geholt. Du musst schräg zugefahren. Ich versuche jetzt aber, dass man sich nicht umwarft. Wir müssen später noch einmal probieren, wenn es jetzt nicht nachgeht. Ah ja, ich glaube, ich bin als Gewicht halt ein paar Gottes froh gelegt, aber... Oh Gott, das ist auch nicht schlimm, wie lange du wieder gut raufkommst. Aber die gräne Dosen, die kannst du ruhig alle schmeißen. Warum alle gräne Dosen, ha? Ja. Bio-Mull-Kaustabel weggeschmissen. Kannst du mich waltzweiß? Ja, wenn du bei deinem halberen Müllentracht drin hast. Ich habe meine Bierflaschen reingekriegt. Ich trinke hier nichts mehr. Aha. Da hat mir der Sepp ganz was anderes erzählt. Aha. Das ist hier drin. Das gehört doch. Ich bin zurückgegangen. Ich bin wieder rausgegangen. Passt schon. Ich weiß nicht, aber ich bin zufrieden. Ich kannte nicht. Ich bin zufrieden. Wir müssen zufrieden. Ich kann zufrieden gehen. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Euch nicht. Na Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst es gerne einen Kommentar da, könnt ihr uns auch gerne abonnieren, ihr könnt es auch mit Freunden tauschen, ja und ich sage mal, was in der nächsten Folge passiert, werdet ihr dann sehen und ich sage mal, Servus. 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 Servus.